Hallöchen! Willkommen zurück zum Ausraster! Nummer 4! Ich glaube Nummer 4! Ne, egal! Nein, Super Mario wird natürlich! Oh Gott! Oh Gott! Kenne ich mir mal mit? Dürfte ich mal fragen, warum du gerade nicht gesprungen bist? Ich versteh das nicht! Manchmal springt er, dann macht das richtig! Und manchmal springt der Jude nicht! So! Wisst ihr? Jetzt hat er es geschafft! So! Scheiße! Den Weg haben! Naja! Nein, verdammt, war der angekommen! Nein! Verdammt! Egal! Hörfisch! Hörfisch! Nischt! Und ja, herkommen! Haben wollen! Nö! taure ... Spielt! Ah! Humm! Nein, ehm! Luigi schaff das! Ja, Luigi schafft das,geschafft! Oh, oh... 7 Nicht gut? Na... Ja! Lauf Luigi, lauf! Ja, ist hier drin, nüscht! Lass mich! Geh weg! Danke! Ah! Gebt mir aus dem Weg, ihr Wichser! Ah! Oh, das schaffe ich nicht! Nein! Ah! Mamma mia! Nein! Lass uns gehen! Ah! Mamma mia! Lass uns gehen! Ah! Mamma mia! Lass uns gehen! Lass uns gehen! Hey, du Vollhornst! Spring doch mal genau da auf den Viech auf! Ah! Mamma mia! So ein kurzes Stück davor! Let's go! Wie ihr sagt, wenn das hier fertig ist, dann ist das letzte Play vorbei! Hey! Ja, hab dich nicht hier! Hab kein Bock mehr langsam! Wo? So! Ah! Irgendwo kriegst du irgendwas zum Auffrischen! Was ist denn das hier? So. Mann! So, jetzt hier. Warum ist hier Geld drin? Das gehe ich nämlich mit. Das gehe ich nämlich auch mit. So. Was ist jetzt hier? Nein. So, jetzt. Ja! Gut gemacht, Lüchi. Endlich mal. Woah! Ja! Nein! Oh Gott! Ja! Ja! Mit Zigarres unten ist. Oh nein! Egal! Weiter! Weiter! Wann ist das so viel vorbei? Jo! Ah! Äh! Super! Super! Du warst Superstar! Egal! Yay! Geschafft! Endlich! Oh Gott! Sitter! So! Sternstraße! Speichern und weiter! Speichern und weiter! Und jetzt pass auf! No! Wir habenpaare! Der ist einfach eher gepostet, gebraucht! Du warst! Wir haben das geschafft! Das Spiel ist nicht 100% durchgespielt. Ich habe euch gesagt, ich werde die Sternstraße beenden und das mache ich jetzt auch. Es ist so, wenn ihr das Spiel, also alle Münzen sammelt, dann verändert sich die Welt. Aber da ich kein 100% spielen will, weil ich keinen Bock habe, mich total aufzuregen, was ich hoffe, dass ihr das versteht, ist das Let's Play. Okay, wenn ich den Stern gemacht habe, ist das Let's Play dann vorbei. Ich habe echt keine Lust mehr langsam, mich hier ständig aufzuregen. Und runter. Leben. Ich hatte 40 Leben, als ich die Ding angefangen habe. So. 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 So, ich habe heute. So, Yoshi! Auch Leben! So. Bonus Game Toll Leck mich doch am Arsch um das ist eigentlich so, wenn ihr irgendwie die Heimstecker befindet, dann könnt ihr die Sachen beenden ich hab echt keine Lust langsamer auf das Spiel, weil ich glaub jetzt doch, eine Sache muss ich euch noch zeigen Zeug mit dem Grün So, wir werden jetzt mal kurz aufladen So Jetzt zeig ich euch natürlich noch, wo der blaue Schalterplatz ist, und dann ist das Spiel vorbei Make-up, ich lasse am Kellner, das ist mehr Das bist so Hoffentlich ist das okay für euch Make-up Das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, die das Spiel Wir sehen uns gleich wieder, weiter Ich lauf jetzt schneller hin, und dann sehen wir uns gleich nach der Pause Tschüss So Da bin ich schon wieder So So Jetzt gehen wir hier in die Wasserwelt Ich zeig euch jetzt nämlich, wo ihr den blauen Switch-Palast finden könnt So Der ist natürlich ein Bild, wir müssen ein bisschen laufen jetzt erstmal so Das heißt laufen, wir schwimmen eigentlich ja Oh Oof Oh Danke Oh Gitar, mal weg, du Hushwan Wo warst du weg? Geht mir weg Ihr nervt doch sowas von, ihr Viecher Das glaubt ihr gar nicht, ich hasse euch So nennt es dich Da Und hier ist der Weg zum Switchpalast Da haben wir ihn Pass auf, erstmal Und dann kriegen wir den Und jetzt will ich auch hoch Verdammt Schalterballast, der Schalter, den du gedrückt hast, verwandelt In einem Aushuferzeichenblock speichern so was kann ich jetzt euch noch zeigen in der märzgarten und die ganzen münzen zu sammeln möchte ich nicht also was auch ist dann ein paar Level und zwar wird es das schafft noch eins kommt den zu vierten die ganzen Stoß ganzen Bogen habe ich auch kein Bock drauf ganz ehrlich ich habe keine lust mehr auf das spiel ich bin einfach viel zu doll aufreger und das möchte ich nicht so nach den letzten paar minuten mache ich noch mal was erholsames die die sternstraße ist nichts jetzt wollen weil es ist eine kleinigkeit müssen die müssen die macht was einfach ist jetzt zum schluss so leben wenn ich die wichtigsten ein bisschen zeigt es gibt noch ein eine die brose 60 umann mal aber es ist kein bock drauf wirklich nicht m m die durchstellen es kommt noch ein bisschen erholen Verdammt! So. Da ich wirklich keine Lust mehr habe, beende ich hiermit das Let's Play. Wirklich? Ich hab keine Lust 100% zu sammeln. Die Sternenroute ist auch kacke, will ich nicht mehr. Ich hab euch die Palaste gezeigt. Ich hab also die Schwitzpalaste, ich hab euch das Secret-Ding gezeigt. Die Sternenroute hab ich euch gezeigt, ein Teil davon. Ich hab euch das Secret-Ding gezeigt. Aber ich hab jetzt auch keine Lust mehr. Wirklich nicht. Also wenn ihr das Dings macht, wenn ihr bei der Sternenstraße seid und das alles schafft und natürlich 100% dazu noch habt, dann habt ihr das Spiel geschafft. Also Leute, war's gut, bis zum nächsten Let's Play. Ich hab keine Lust mehr von Super Mario gehört. Also Leute, macht's gut, bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play.